herzlich willkommen bei 11 stream sport wir spielen wieder den tennis manager 21 und wir haben zwei richtig tolle e mails in unserem postfach unser spieler rudy mollecker schreibt uns eine e mail mit dem titel es ist toll mit ihnen zu arbeiten hier schreibt aber auch was er von uns möchte er möchte in die top 200 er möchte bei einem grand slam turnier die letzten 128 erreichen er möchte bei einem masters 1000 die erste runde in der quali erreichen bei einem masters 500 strich da steht nix also möchte nix hier will er den sieg also er will bei einem turnier pro 125 80 mit den willen sie haben hier ist wieder ein strich und nationale rangliste möchte er sich einfach ein bisschen verbessern ja ich denke das ist alles möglich ich würde nur ein fragezeichen dahinter setzen beim grand slam da bin ich mir nicht so sicher ob das in diesem jahr schon machbar ist und wir bekommen auch ein feedback von unserem chef james barnes zur pressekonferenz die wir in der letzten session gemeinsam durchgeführt haben er dachte sie waren fantastisch also wir haben scheinbar tolle worte gefunden es scheint also eine auswirkung zu haben wie der chef über uns denkt das ist schon mal eine gute nachricht zum ersten mal bekommen wir jetzt auch einen bericht über das training denn in woche 50 haben wir ja zusammen ein trainingsplan zusammengestellt und hier sehen wir jetzt die entwicklung also bei einer natürlichen fitness hat er drei prozent zugelegt bei der balance 1% und beim schmetterball ein prozent das ist natürlich extrem gering ich gehe mal stark davon aus dass der grund dafür derjenige ist dass die woche nur zwei tage hatte also in zukunft können wir sieben tage die woche trainieren mit einem ruhetag wahrscheinlich der sonntag und da erwarte ich doch deutlich mehr also jetzt haben wir eine bestätigung bekommen für rudy mollecker er wird also in anning starten und soweit ich gesehen habe wir werden uns später auch noch mal die setzliste anschauen oder können wir das jetzt schon ja das können wir jetzt schon also wir sind mit abstand der beste spieler weltrang ist in position 220 der zweitbeste ist der südkoreaner hong auf position 505 also wir sind hier an der top position gesetzt und das wäre doch ein toller start wenn wir direkt zu beginn hier ein turnier gewinnen könnten leider eine schlechte nachricht erhalten wir von mina hotzic denn sie hat unser vertragsangebot abgelehnt warum weiß ich nicht ich weiß auch nicht ob wir nochmal nein können wir nicht keine interesse noch mal mit mir zu sprechen okay also mina hotzic lehnt ab obwohl es vorher grün war also die hat sich scheinbar anders überlegt wir wollen natürlich stattdessen jetzt eine andere spielerin verpflichten im normalfall sollte ja die suche noch aktiv sein jawohl also eine dame die maximal 19 ist und aus deutschland kommt das sind mir noch ein paar namen im kopf also es würde noch wie gesagt in frage kommen nastasia mariana schunk die ich eigentlich haben wollte aber die möchte nicht mit uns sprechen dann schauen wir uns vielleicht noch an ja alexandra weg jetzt schwer noch eine möglichkeit die würde mit uns sprechen oder eventuell die muss ich hier noch suchen anja wildgruber wäre noch eine möglichkeit oder sie nach hermann die stehen ja hier quasi direkt nebeneinander sind alle ein bisschen älter aber sollte doch eigentlich ebenfalls passen also anja wildgruber würde mit uns sprechen und wie sieht's aus mit sina hermann die würde auch mit uns sprechen so sortieren wir es doch gleich mal in die andere richtung wenn die eh alle oben stehen also wen von denen würden wir jetzt als erstes fragen alexandra weg geht hat schon mal den vorteil dass sie ein foto hat vielleicht hat das ja was zu sagen vom reifegrad her hermann drei weg ist drei wildgruber auch drei also da tun sie sich nichts was können wir jetzt hier sehen also potenzial technisch natürlich gar nichts wir haben hier rum zwei von den stärken sehen eigentlich gar nichts da können wir nichts ableiten vielleicht schauen wir mal was die anderen spielerinnen bei ruhm haben weg ist hat auch zwei und hermann hat drei und das sehen wir auch ein bisschen mehr geht immerhin schon über die zehner grenze voli ist auf jeden fall schlecht ja schwer zu sagen sie ist auf jeden fall schon 19 aber die sollten alle relativ ähnliches talent haben ich frage jetzt einfach mal bei alexandra weg jetzt an weil sie das einzige ein Foto hat und das ist doch schon mal etwas worauf wir aufbauen können sie möchte aber nicht mit uns sprechen alles klar dann versuchen wir es doch einfach bei sina hermann die möchte auch nicht mit uns sprechen schade dann versuchen wir es bei anja wildgruber sie möchte mit uns sprechen so da haben wir doch unsere dame wahrscheinlich gefunden vielversprechendes talent zwei saison akzeptieren wir hier gehen wir noch ein bisschen hoch hier noch mal ein bisschen runter und schon funktioniert also geduld ist jetzt komplett noch grün würde mich doch sehr wundern wenn sie jetzt auch grundsätzlich ablehnen würde parallel schauen wir mal in unser team rudy mollecker da müssen wir natürlich das training noch ein bisschen leiten also die woche haben wir ja schon gemacht die nächste woche müssen wir uns jetzt nach ausdenken wie gesagt es kommt ja dann bald unsere erste woche wo wir spielen können deswegen müssen wir uns jetzt auch ein bisschen zurückhalten genau hier haben wir ruhe hier haben wir nur die muskelmassage und ruhe dann haben wir die hauptstrategie trainiert wird das gefällt mir auch sehr gut stetiger angriff ans netz das würde ich jetzt mal ändern und in einen kraftvollen aufschlag um verwandeln ansonsten würde ich das jetzt erstmal so lassen und dann schauen wir mal weiter wie es so verläuft also die grundsätzliche einigung mit anja wildgruber haben wir die hatten wir aber auch vorher schon bei mina hot switch also ich hoffe dieses mal bekommen wir wirklich den zuschlag der nächste trainingsbericht ist eingetroffen und wieder nehmen wir relativ wenig prozent dazu also bei der vorhandkraft 7 bei der rückhandkraft ebenfalls 7 und auch beim spin kann man sagen 7 prozent also das geht relativ schleppend ich weiß nicht ob das so vorgesehen ist oder ob wir da ein bisschen was falsch machen auf jeden fall erhalten wir eine wildcard für die columbus open die nehmen natürlich an da gibt es 4800 preisgeld aber ich mache mir ein bisschen so sorgen über das training körperliche verfassung ist gut an sich auch das training finde ich relativ ausgeglichen also dürfte eigentlich keine probleme geben hier gibt es dann das turnier also damit noch zwei wochen Zeit für das training vielleicht legen wir da einfach noch eine schippe drauf machen noch mal den kraftvollen aufschlag den ich gerne trainieren würde vielleicht hier einfach noch mal dass wir jetzt mal super schwer trainieren und die woche danach schrauben wir dann ein bisschen runter da würde ich auch sagen können wir das mal ersetzen und bisschen ruhe einbauen dann sind wir hier bei mittel ich glaube das ist ganz gut in der woche vor unserem ersten turnier gute nachrichten von anja wildgruber die junge deutsche nimmt unser vertragsangebot an und wir unterzeichnen das jetzt und jetzt dürfte sich beim team einiges ändern denn jetzt wird hier gleich noch ein zweiter slot auftauchen so welche qualitäten waren ausschlaggebend ja das ist eine gute antwort es ist kürzer wenn sie mich nach ihren schwächen fragen hoffen sie bei dieser spielerin auf eine langfristige oder eher eine kurzfristige zusammenarbeit beim sport weiß man nie was die zukunft bringt aber aktuell planen wir langfristig ja das sage ich glauben sie dieser spieler das ist natürlich wieder nicht gegendert glauben sie diese spielerin wird gut zu den anderen spielern und spielerinnen der akademie passen hier haben es dann gemacht auch sehr lustig ich sehe keinen grund warum das nicht der fall wäre an der wildgrube ist eine der aufstrebendsten spielerinnen in der welt des tennis werden sie sich persönlich um sie kümmern das ist der plan naja eine der aufstrebendsten talentinnen der welt das glaube ich persönlich nicht aber wir werden jetzt gleich mal sehen was sie so kann und dann werden wir auch bei ihr das training natürlich direkt einstellen jetzt ist sie da jetzt können wir switchen zwischen mollega und wildgruber da ist sie das ist also die stärke rückschlag 10 das gefällt mir schon mal also eine gute return spielerin reflexe 10 finde ich auch schon ziemlich cool wir haben auf jeden fall keine spezialisierung auf einem belag und wir haben potenzial und sie sind spät entwicklerin das heißt sie ist erst 18 sie braucht also vielleicht ein bisschen bis sie auf das nächste level kommt wie könnte jetzt ihr training aussehen ich würde mal wenn wir sie uns anschauen sagen dass sie wirklich noch keine spezialisierung hat aufschlagskraft ist ganz gut dann haben wir auch bei der voren präzision einen neuen aber es ist wirklich also eine netz spielerin ist sie nicht würde ich sagen da fehlt noch ein ticken aber auch dahin könnte sie sich noch entwickeln wir haben wirklich kaum schwächen es ist alles relativ durchschnittlich das macht natürlich schwer hier ein training zu entwickeln ich würde jetzt erstmal sagen dass wir die voreinstellung mit körper verwenden vielleicht verwenden wir zusätzlich noch eine trainingseinheit weil hier ruhe steht da nehmen wir auch hier mal kraftvoll aufschlag und hier ebenfalls damit der gleich mal trainiert wird und sonntag ist ruhetag für die erste woche ist das glaube ich ganz gut wie sieht es mit der nächsten woche aus da würde ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen denn wir hoffen natürlich dass wir sie gleich für ein turnier anwenden können hier wird der kraftvolle aufschlag trainiert dann können wir hier doch danach noch mal die hauptstrategie trainieren die wir gleich auch noch einstellen das machen wir doch jetzt gleich mal ich würde sagen wir nehmen einfach mal ich meine wir haben ein grünes zwei gelbe und dann nur rot wir nehmen jetzt einfach mal grundsätzlich für das training jetzt zum einstieg das was schon grün ist individuell werden wir das sowieso später noch verfeinern aber ganz wichtig ist jetzt natürlich dass wir bei touren und dann turniere mal schauen wo sie mitspielen könnte hier oben müssen wir jetzt natürlich wildgruber wählen automatische anmeldungen werden ausgeschalten und hier können uns jetzt leider gar nicht mehr registrieren weil es einfach zu spät ist aber hier wäre es zum ersten mal möglich australien open gut das brauchen wir nicht probieren das funktioniert sowieso nicht hier haben wir noch singapur aber sie ist ja schon eher schwächer ich würde schon eher für ein turnier gehen wo es weniger preisgeld gibt da wäre ich schon eher für diese anmeldung das könnte vielleicht funktionieren und dann danach in deutschland stuttgart stammheim ich glaube da könnten wir auf jeden fall genommen werden schließlich ist sie eine deutsche spielerin zeit über die taktik nachzudenken sagt uns natalia taussi unsere assistentin ja das haben wir schon gemacht also vor allem bei unserem herrn haben wir das schon gemacht bei der dame müssen wir sie erst noch mal genau kennenlernen deswegen klicken wir hier natürlich jetzt einfach mal auf weiter wieder gibt es gute nachrichten über anja wildgruber denn ihre anmeldung für monastir oder monaster ich weiß es wirklich nicht tunesien monastir 2 wurde angenommen das heißt wir spielen dort jetzt in der qualifikation mit also haben wir jetzt für beide spieler schon eine einladung das ist doch super auch die trainingsberichte kommen rein mollegger nimmt jetzt mehr zu also das hat sich doch gelohnt dass wir aufschlagskraft hier mit reingenommen haben und wildgruber nimmt ordentlich zu 25 25 21 prozent liegt natürlich auch daran dass sie jünger ist und dass sie hier noch eine geringere zahl bei den attributen hat also bei mollegger wenn wir das vergleichen sind die zahlen doch schon deutlich höher gleichzeitig erhält mollegger eine wildcard für die copeland's open die nehmen wir auch sofort an das ist ein turnier in deutschland natürlich wollen wir da nicht fehlen einige neue e-mails gilt es zu beantworten und es steht jetzt gleich auch unser erstes match an aber das werden wir heute nicht mehr spielen das gibt es erst in der nächsten ausgabe von 11 stream sport wir schauen jetzt noch mal kurz die e-mails durch hier gibt es noch mal ein trainingsbericht also von rudy mollegger sehen wir hier auch wieder dass er ordentlich zunimmt es geht schleppend voran aber das ist auch klar der hat hier schon echt gute attribute bei einer wildgruber geht es deutlich schneller voran weil sie hier einfach noch schwächer ist aber wir sehen schon dass das training wirklich wirkt und dass wir wirklich eine auswirkung haben oder einen einfluss haben so muss man es ja sagen dass das training eine auswirkung hat so wollte ich es eigentlich sagen dass wir wirklich entscheiden können wo und wie sich der spieler verbessert und das finde ich richtig cool das ist hier richtig gut möglich wir können einen spieler in die oder in die richtung entwickeln und das macht wirklich richtig viel spaß mollegger hält derweil eine weitere wildcard für die newport beach open auch die nehmen wir natürlich sofort an hier geht es sogar um 10.000 euro preis geld und um 125 punkte in der atp weltsang liste und auch gute nachrichten gibt es für anna wildgruber denn bei den stuttgart stammhain open die heißen gar nicht open aber wir sagen einfach mal stuttgart stammhain open auch da wurde sie angenommen das heißt wir haben für unsere spieler jetzt wirklich zahlreiche turniere oder zumindest ein zwei turniere in den nächsten wochen das training läuft gut wir finden uns langsam zurecht in diesem spiel und ich verspreche euch in der nächsten ausgabe von slavin stream sport gibt es die ersten matches die wir gemeinsam coachen werden ich hoffe dann schaltet ihr wieder ein auf unserem kanal slavin stream sport